Und los, dann auf die harte Tour. Das kann doch nur ein Witz sein. Ich meine es ernst. Ja, meine lieben Freunde, ne? Dann würde ich sagen, ne? Herzlich willkommen zum Epilogue von Modern Warfare Remastered. Und dann machen wir mal ne? Geiselbefreiung am Himmel, ne? So, komm, schneid auf das Ding. Meine Finger jocken schon. Da, gleich. Jetzt will ich mal was sehen, ja. Jawohl. So. Oh, Alter. Nein, nein, nein. Nicht sterben, nicht sterben. Alter. Ja, ja. Willkommen zum Epilogue, ne? Hm. Massenfreigabe. Ziel erledigt in Sektion 1. Ach. Was ist denn da für einer? Nie wüsste ich wirklich nicht. Und immer weiter. So, auch immer. Das ist neutralisiert. Das ist nie passiert. Diese unschuldigen Menschen. Was? Was? Oh, ist gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ich hab mal. Ziel neutralisiert. Ja, junger ist gespitze, würde ich sagen, ne? So, Flug ist da rum. Ich geh rum, ja? So, mhm. Ich weiß nicht, wie ich gut bin, ne? Gut. Oh, alter. Oh, was ist das denn? Oh, stopp. Oh, genau. Ziel erledigt. Los, los. Oh, ja, 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 ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, schnell nachladen hier nun mal. Bisschen vorbereiten nur. Ähm. Wie, wie ist ja schon alles Feuer, ne? Hey, ja, ja. Ich bin ja schon nichts. Oh, wow. Hier schon nichts dabei, junger. Stört. Oh. Gleich. So, junger, junger. Alter. Ich bin ja, mein jetzt, ich gebe die, Maya. Popcorn-Maschinen hier. Ja, Popcorn-Maschinen hier geht auch immer. Aber ich habe die P. Was ist das hier? Die 90, 99, glaube ich, glaube ich, das ist noch. So. Ja, genauso. Mit dem Messer, junger. So. Oh, was? Ich habe das nicht geschafft. Äh. Okay. Äh. So. Ich muss doch sagen, das müssen wir eigentlich diesmal, ne? Würde ich sagen, ne? Soll ich doch eigentlich so ein bisschen Epilog machen. Sonst nichts, ne? So. Boah. Oh, schuld. Die nehmen wir aber. Die gefällt mir nämlich besser. Los. Mhm. Ziel erledigt. So. Nee, das will ich gar nicht. Hier, die. Oh, gib mal die mal her. Ziel neutralisiert. Sehr schön. Die laden wir noch. Die laden wir auch noch. Gleich, sofort. Was? Was sind die? Oh Gott. Scheiße. Los, komm schon. Der absolute Wahnsinn. So stückrücklich. Ja. Oh, Junge. Batsch, Junge. Tschüss. Ist mir schüchte. Oh, 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 alter, 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 alter. Das ist ja. Ja. Ziel erledigt. Ha. Ja, viel willkommen auch besser voran, oder? Hoffe ich doch. Oh. Ziel erledigt. Alter, alter, alter. Ha. Genauso neutralisiert. Hier und hier. Oh. Ziel erledigt. Ja, ja, ja. Du bist doch gleich da, so. Ziel erledigt. Oh, stirb. Oh, oh. Oh, alter, alter, alter Schwede. Äh. Was? Ach, yo, komm schon. Ich hab doch den Typen eindeutig getroffen, oder? Ach so. Darf ich ihn aber, oder? Jetzt aber, oder? Jetzt aber. Ach komm schon, ich hab den doch getroffen gehabt, oder nicht, ne? Was soll das denn jetzt? Alter, wirklich. Das ist doch nicht zu fassen. Jetzt komm schon los. Das kriegt den dämlichen. Ich hab auf den Falschen geschossen, ne? Hm. Ach komm schon, so schwer ist es noch gar nicht. Mach da mal den Kopf anseite. Jetzt hab ich ihn aber, ne? Ja. Pass, Junge. Okay. So. Es kommt schon los, Junge. Wir gehen. Jetzt ist schon ab. Das war's. Wir machen uns. Uh, wow. So. Wird mal sagen, Jungs. Dann macht's mal gut, ne? Du als nächstes, komm. Nein, du zuerst. Komm. Du zuerst. Ja. Komm du zuerst. Nein, du zuerst. Dann du. Du. Ja. Du. Nein. Gut, dann ich. Ui. Und ich. Sehr schön. Liegt zwar nicht viel gespielt, aber ist ja egal. Hm. Trotzdem gut. So. Sehr schön. Joa. Kleine Erinnerung, ne? An die Jungs. Ja, war dein tolles Team. So. Also an dieser Stelle verabschiede mich nochmal. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dem ein oder anderen gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Projekt. Euer Danielko. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.